hallo leute willkommen zu einem neuen video von myvlogs youtube heute bin ich wieder dabei und vielleicht seht ihr den david auch noch und wie ihr bestimmt schon gemerkt oder gesehen habt oder euch das selber gekauft habt das japan und ja und es ist sehr cool und ja ich kauf mir heute da könnt ihr es dann sehen und ja ich würde sagen kaufzeit also wenn man kauf mir mal es leuchtet so schön leer und japan ist und da ist es da ist es ich hab das japan echt also jetzt habe ich endlich mein geliebtes japan echt ich finde es so cool das ist auch so schön von außen mit den sternen und wenn so schön neon leuchtet also jetzt habe ich kauft es euch auch ich würde es euch empfehlen danke fürs zuschauen leute dann sage ich jetzt mal nur noch vielen dank